So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zur Toad Warsaga Troy. Wir wollten glaube ich noch einen Angriff tätigen, wenn ich mich da richtig entzinne. Armee gegründet, ja genau, das stimmt auch grundsätzlich, aber ich glaube ich wollte mit Leukos noch angreifen. Your path to victory. To victory. Lass uns mal... den Onkel hier angreifen. Der steht ein bisschen außerhalb der Stadt. Ich kann ja sehen, was er davon hat. Oh krass. Der Sieg ist gar nicht so selbstverständlich, wie ich dachte. Okay. Sind es nur die zwei Einheiten, die das... Boah, ich war mir meiner Sache eigentlich ziemlich sicher, jetzt auf einmal gar nicht mehr. Er hat halt viele sehr schwache Einheiten, gell? Boah, das könnte jetzt eine böse Klatsche für uns geben. Das könnte eine richtig böse Klatsche geben. Er hat halt viele... Ja, wir haben eine schwere Einheit hier. Wir haben zwei Mittel... Drei mittelschwere Einheiten und der Rest sind leichte Einheiten mit einem schlechten Angriff, schlechter Moral. Oh Gott. Ja, was habe ich da gemacht? Was sage ich mir da jetzt eigentlich? Kriegerin der Artemis, immerhin. Immerhin sind unsere Schleuder da ganz gut. Naja, wobei... Ha! Eie. Ich glaube, das war eine Scheißidee. Eie, ich glaube, das war eine Scheißidee. Naja, gut, jetzt müssen wir da durch. Hilft nix. Ich war mir so sicher. Frage ist, ob wir den wenigstens noch fliehen lassen können. Ja, wir werden es gleich sehen. Wir werden gleich sehen, was passiert. Ich wüsste jetzt... Also, wir haben schon Waldgebiete. Wir können schon eine Falle stellen, ob sich das... Die lassen sich halt irgendwie nicht so wirklich auf eine Falle ein. Das ist so ein bisschen das Problem. Boah. Das ist so, was passiert. Ich versuche ihn hier so eine kleine Falle zu sch... Ich versuche ihn so eine kleine Falle zu stellen. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber so wie ich sie kenne, wittern sie es sowieso wieder. Die KI ist hochintelligent bei dem Spiel. Also nähern die sich überhaupt? Lassen die sich überhaupt locken von uns? Er ist zumindest schon mal kein Kommandant, aber er zieht sich zurück. Die sind halt brutal, die Gefährten des Sarpedon. Die sind immer wieder, immer wieder eine Nemesis für uns. Wir haben hier unseren Minotaurus, auf den ich wirklich viel setze. Mal ein bisschen weiter auseinander gehen. Kommen die näher? Ja, Laufschritt kann man das nicht nennen, was die da machen. Ich denke, wir sollten schon schauen, dass wir sie möglichst weit nach links rüber ziehen, damit gar keine Idee kommt, dass hier welche drin schlafen, im Wald. Wir könnten auch auf die Ebene hier rüber ausweichen. Aber das ist dann schon sehr weit weg. Dann müsste halt... Ne, ist eigentlich Quatsch. Zieht die mal ein ganzes Stück auseinander. Ja, sie kommen. Aber sie lassen sich gut Zeit. Können sie natürlich hier mal ein bisschen vorspulen. Weil ich werde mich nicht bewegen. Die sind ja... Die haben kein... Passt. Hier einen Plänkel-Modus an. Habt ihr, okay. Ja, macht die mal aus. Die lassen sich ganz, ganz viel Zeit, unsere Kollegen hier. Und jetzt weichen die ersten schon links in den Wald aus. Ich versuche sie noch weiter rüber zu locken. Und es funktioniert. So. So langsam wird's spannend. Okay, die ziehen sich erstmal zurück. Zieht die auch noch ein bisschen ab hier. Jetzt wird hier rumtaktiert. Jetzt wird hier auf beiden Seiten rumtaktiert. Ja, 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 ja. Acht. Jo. Los geht's. Wir haben's leider gut verkackt. Die schweren Bodenschützen legen schon los. Boah. Okay, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ich hatte nicht erwartet, dass die zwei Schüsse brauchen. So, jetzt. Zugriff. Zugriff. Auf geht's. Moidotools. Ja, die stoppen immer wieder. Das ist natürlich ein wahnsinnig krasser Spielfehler, meiner Meinung nach. Weil die sich immer, die tauchen immer nur auf, wenn sie schießen. Das ist Bullshit. Das ist leider Gottes Bullshit. Ja, ja, die stehen auch schon wieder. Sie opfern sich im Prinzip. Die kommen gar nicht näher, weil die anderen immer verschwinden. Es ist, äh, es versaut uns leider die Schlacht. Wir werden's verlieren. Dank dieses, meiner Meinung nach, großen Fehlers. Wie stellt er sich an? Eigentlich ganz gut, oder? Ihr könntet eigentlich auch wieder zurückkommen und noch ein bisschen was tun für euer Geld. Nur so ein Gedanke. Okay, der erste Held ist weg. Der erste Held ist down von den Feinden. Ja, dann sollen sie gefälligst auch ihren fetten Arsch hierher bewegen und was tun. Los geht's. Was ist mit euch denn los? Wieso schießt ihr nicht? Ach Gott, das sind Nahkämpfe. Okay. Okay, unser Held hat auch schon Aristil. Ihr, ihr schafft's auch nicht, euch anders aufzustellen. Oder ihr müsst so behindert stehen, damit ihr möglichst wenig schießt. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Bin ich in Ordnung. So, jetzt ist für uns wichtig, den zweiten Held schnell down zu bekommen. Ich spekuliere natürlich massiv drauf, dass die aufhören, wenn die Heldentot sind. Ob die Strategie am Ende des Tages so aufgeht, ist natürlich die andere Frage, aber... Das ist aber sehr schön. Leukost macht einfach das, was unsere Helden gut können. Die Gegner zerlegen. Das machen die, die fliehen schon wieder. Ja, gut. Die machen auch das, was sie am besten können. Stehen jetzt halt ganz hinten, Freunde. Was soll ich mit denen da hinten? So, Aristil ziehen. Moral down. Schießt ihr ihnen mal ein bisschen in den Rücken. Wir haben leider nirgends wo wirklich eine Chance. Ich find's auch krass, wie die sich dagegen stemmen. Ja, Leukost kann da trotz Aristil nicht viel ausrichten. Ich zieh ihn jetzt mal von denen ab. Wir haben einen richtig aus. Sch Reviewen. Ich schreate so nicht. Du bist die Karte. Ich schaffe sie mich mit. Ich schaffe sie mich mit. Für mich. Was soll sie nicht? Schreit da? Wir sind ja zwei, die dort. Das wird hier nichts. Selbst mit Minotaurin schaffen wir es nicht. Die Falle hat leider eine Nuance zu spät. Zugeschlagen, muss man sagen. Die entschließe ich doch nochmal zurück zu kommen. Okay, das ist sehr, sehr mutig, Freunde. Finde ich gut. Die lügischen, es sind am Ende die berühmten lügischen Krieger, die uns hier das Genick brechen. Finde ich auch krass. Die Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Ja, war strategisch gesehen keine meiner Glanztaten. Natürlich hat das Spiel auch mächtig, hat mächtig gegen uns gearbeitet. Das kann es gut. Jetzt, jetzt fällt die Armee zusammen, ja. Das kann es gut, dieses, hey, die greifen nicht an, wenn die wieder verschwinden. Das ist natürlich schön. Das macht dann Spaß. Aber gut. Im Prinzip hätte ich da nicht so riskant reingehen sollen. Das war dann schon am Ende mein Fehler. Wahnsinn. Kaum Verluste. Wir haben 962 Verluste. Ja gut, sieht man dann auch, wie schwach die Armee von Leukos letztendlich war. Zwei Helden sind gestorben. Aber wir sehen, dass ihre Armee eigentlich ziemlich unbescholten davon kommt. Leukos rücksichtslos. Manchmal belohnt das Universum jene, die keine Rücksicht auf Gefahr oder Konsequenz nehmen. Doch da ist stets ein Glücksspiel. Okay. Leier des Orpheus. Durch Feind gestohlen. Achso, die haben wir verloren. Die hast du verloren, du Trottel. Fünf Einheiten verloren. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das war natürlich nochmal eine ganz wichtige Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Du bist gerade... Ah ja. Ja, die nächste Runde könnte kritisch werden, Freunde. Die könnte verdammt kritisch werden. Können wir hier was machen? Ne, Poseidon ist auch nur noch eine Runde am Start. Okay. Ja, hilft jetzt nichts. War eine dämliche Entscheidung von mir. Ich könnte jetzt natürlich laden, aber das wäre Bullshit. Strategischer Fehler. Solange der Feldzug im Norden läuft, solange der läuft, ist alles in Ordnung. Solange wir es schaffen, diese tragischen Stämme zu unterwerfen, ist im Prinzip alles in Ordnung. Wir heben gerade ja auch einen Haufen Armeen aus. Das Problem ist, dass wir von der Konfederation von Sparta uns mit sieben Meilenstiefeln wegbewegen. Genau, er soll erstmal die Armee aufreiben. Sehr gut, Achilles. Und dann holst du dir bitte Skyros. Damit endlich diese... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Diese Garnison. Der Lügier. Weg ist. Ich bitte darum. Verhältnis zu Sparta verbessert sich weiterhin. Das ist gut. Spannend wird auf jeden Fall Lügien wie immer. Und das Hürtherkidische Illion, was ich immer falsch ausspreche. Weil die haben jetzt auch schon wieder eine zweite Armee, die sie irgendwo ins Meer reinschicken. Es ist wirklich... An manchen Stellen ist es einfach frustrierend. Entweder... Entweder schafft... Ich überlege die ganze Zeit, ob wir so einen Nachteil dadurch haben, dass wir... Wir können ja nur Seestädte komplett ausbauen. Das vergesse ich immer wieder. Die anderen Städte können ja alle Städte ausbauen. Ob das wirklich so einen negativen Einfluss hat. Ich weiß es nicht. So. Sparta ist vorbei. Hat im Prinzip nicht viel gemacht. Ein paar Einheiten verschoben. Sonst nichts. Lügchen wird jetzt spannend. Hier unten kann sie sich austoben, wenn sie möchte. Das ist mir egal. Ja, Gaue. Kann sie machen. Aeneas schickt eine Armee zu Larissa... Ah, der will die Armee da weg machen. Okay. Gut, da wird... Ja. Die fliehen nochmal kurz. Wird aber auch ihre einzige Möglichkeit sein. Dann werden sie jetzt sterben. Genau. Bisschen Agentenarbeit. Bisschen Messerarbeit. Raune des Aufruhrs. So, was will Aeneas noch machen? Was ist sein eigentliches Ziel? Er könnte diese Armee hier vernichten. Das ist die dritte Armee. Um Hürter, die... Hürter, Kielischen, Ilion. Passt. Vier Provinzen... Äh, vier Regionen. Nicht mal Provinzen. Vier Regionen. Aber drei Armeen ausheben. Muss schon drin sein. Kriegst du echt? Da kriegst du... Äh, selbst... Selbst... Wir werden nicht ausweichen können, oder? Ne. Boah, das wird eine ganz schlimme Aufnahme, Freunde. Und ich nehme heute nur eine Stunde auf. Das wird eine ganz, ganz schreckliche Aufnahme. Türtakidischer Scheißhaufen. Also. Wenigstens haben wir... Wenigstens haben wir Stadtmauern. Aber die haben so viele Bogenschützen, dass uns das wenig helfen wird. Die bestehen im Prinzip nur aus Bogenschützen, die Armee. Die greifen von allen Seiten an. Okay. Okay. Ich muss überlegen, was am... dümmsten ist hier. Die Leute auf jeden Fall unten an der Mauer platzieren. So viel ist klar. Euch will ich hier drüben haben. Ich denke, es ist klar, warum ich die unten an der Mauer platziere, oder? Also es ist logisch, dass ich das mache. Damit die nicht getroffen werden von den Pfeilen und die halt trotzdem schießen. Außerdem halten wir auf die Art und Weise unsere Türme. So eine richtige Belagerungsschlacht hatten wir eigentlich bisher noch gar nicht, gell? So. Ich starte schon mal. Ich mache mich kurz weg, weil ich muss kurz schnäuzen. Und wir starten einfach mal den Kampf. Mal sehen, was passiert. So. So, welcome back. Also. Stell du dich mal da rüber, bitte. Ist leider nur der Stadthalter halt natürlich keinerlei Fähigkeiten. Jetzt geht das Geballer von unseren Türmen los. Die sind ja gegen uns immer sehr, 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 sehr effektiv. Mal sehen, ob sie diese Effektivität auch abstrahlen, wenn sie mal gegen unsere Feinde sind. So. Train and ready. Aber. Spiers. Sowjet. Nice. Wir können den Türmen sogar befehlen, auf wen sie schießen sollen. Und die sind halt auch geil, dass sie an allen Ecken und Enden angreifen. Ja, sie sind. Hoch da, los. Schießt bitte auf die Bogenschützen. Oh, 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 oh. Die kommen sogar die Leitern hoch. Er wählt natürlich genau den falschen Weg. Das Tor wäre rechts gewesen. Er nimmt den linken Weg, den längeren, um den Gegnern noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Finde ich gut. Finde ich anständig. So, die kommen mit. Die kommen tatsächlich mit Ramböck. Die kommen mit den Einheiten entdeckt. Ah, Moment. 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 Okay, die schießen jetzt hier rüber. Auf geht's, Mana. Hoch da. Okay. Also wenn sie sich dumm genug anstellen, haben wir da eine Chance. Aber es verlangt wirklich ab, dass sie sich... Ja, okay, da haben sie die Stadtmauern zerstört da drüben. Die Belagerungsausrüstung des Feindes wurde zerstört. Ja, wunderbar. Aber dafür sind die... Die sind ja auch durch, du Pfosten. Also... So, jetzt geht's hier natürlich richtig ab. Der feindliche Held flieht. Mal hier. Der feind versucht, die Tore einzunehmen. Ja. Schwieriges Thema, mein Freund gerade. Du hast gar keine Fähigkeiten. Nee. Oh, die sind schon durch. Du hast mal auf die da. Komm schon, Mann. Legt euch mal ein bisschen ins Zeug, Freunde. Komm, der muss weg. Der Held muss weg. Wenn der Anführer stirbt, dann haben wir noch alle Möglichkeiten. Ist hier irgendjemand durch? Ja. Welche, welche, welche? Schieß auf ihn. Und du gehst zu ihm. Du tötest die da. Naja, das sind unsere leichten Einheiten, denen jetzt langsam so die Power ausgeht. Das war irgendwie zu erwarten, dass das passiert. Zumindest die Mauer ist halbwegs gesaved. Habt ihr den Held? Der Held ist down. Der feindlich hält es down. Oh, das ist wichtig, Freunde. Das ist ganz, ganz wichtig. Könnt ihr mal kommen und da mithelfen? Oder hier, holt euch die hier. Was macht der Anführer der Dorftrottel? Oh mein Gott. Der Feind bricht zusammen. Er bricht zusammen. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Oh krass. Oh krass. Oh krass. Wir haben sie besiegt, Freunde. Ah, geil. Geil. 759 Verluste beim Feind. Feinops ist selber tot. Geil. Das ist strategisch voll aufgegangen. Oh, das war richtig gut. Das war richtig gut. Ihre Stärke rausgenommen mit den Bogenschützen. Stark, Junge. Ganz starkes Ding. Boah. Geiler Kampf. Und ich würde eigentlich ganz gern so ein paar von deinen Männern aufnehmen in meine Armee. Ja, Feinops. Das hast du jetzt davon. Geiles Ding. Das hat uns viel Zeit verschafft. Ja, der kommt jetzt ein bisschen spät, der Kollege. Hat für Raunen des Aufruhrs gesorgt. Ja, da kommt die zweite Armee schon angeschifft. Äson. Das hört strategische Ilyon. Ist richtig auf Beef aus. Die wollen jetzt nochmal loslegen. Ich weiß auch nicht, was deren Ziel ist. Aber es ist wahrscheinlich hier was in dem Bereich. Die planen nochmal einen verdammt fiesen Rundumschlag. Hier kommt die nächste Armee mit Ormenos. Ja, ja. Kritisch. Kritisch. Aber wir haben die Insel kurz gehalten. Es geht ja nur darum, dass wir uns Zeit verschaffen. Fokos braucht Zeit. Fokos braucht Zeit, um auf die Insel zu kommen. Die Mysi haben natürlich wieder... Die haben jetzt auf einen Schlag in einer Region 10 Einheiten ausgehört. Gehoben oder so. Das schaffen nur... Das ist die Spezialfähigkeit der Mysia, der Traker. Dass sie sowas können. Wahnsinn. Sowas hast du noch nicht gesehen. Wer ist denn er? So, die Traker selbst schicken all ihre Armeen aufs Meer. Die wollen eigentlich schon eine ganze Weile ein Bündnis mit uns, beziehungsweise einen Nicht-Angriffspakt, den kriegen sie aber nicht. Sie könnten ja ihren guten Willen beweisen, indem sie die Lykia zum Beispiel angreifen. Nur so eine Idee. Ja, die bilden da weiter Einheiten aus, okay. Ey, diese Mysia und ihre bockschlechten, aber nervigen Armeen. Die sind einfach nur nervig. Fuck as fuck. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Traker davon ausgehen, dass sie da hinten die Stellung nicht halten können und jetzt schon ein neues Zuhause suchen. Kann sein. Wir haben nicht überprüft, ob da Frauen und Kinder auf dem Boot sind. Wir haben auch keinen Zoll verlangen. Das ist natürlich dumm von uns. Müssen wir natürlich schauen. Also die Bitthüner machen gar nichts. Die bilden nur Einheiten aus, aber die paar Flagonien hier, die wollen Stress. Da bin ich mir sicher. Die wollen, die wollen was machen. Die kommen wahrscheinlich, ja, okay, sie fahren da hoch. Weil wenn die untereinander mal Krieg führen würden. Wenn die sich untereinander mal ein bisschen behindern würden. Okay, er schickt, er schickt seine Armee Kachlas aufs Meer. Ist, glaube ich, ein Opfer an Poseidon. Ich glaube nicht, dass da viel Strategie dahinter steckt. Ich glaube, das ist ein Opfer an Poseidon. Das Problem ist, dass Poseidon nur mit uns ganz dicke ist. Okay, Greia macht nichts. Ritual des Ruins war ein erheblicher Volk Philoctetes. Aphrodite verleitet die Berserhälfte eines Helden dazu, ihn für einen anderen Interessenten zu verlassen. Dem trauenden Krieger wurde alles bis aufs Leben genommen, wodurch nun allein seinen Pflichten weiter nachkommen muss. Die Bewegungsreichweite auf der Kampagnekarte wurde verringert und die Motivation um fünf verringert. Rauendes Aufschluss war auch ein Erfolg. Leukas wird zum Zauderer. Hat zu viel Zeit in der eigenen... Er hat gerade den Angriff geleistet. Wir sehen, wie sinnvoll das ist. Er hat gerade angegriffen und wird zum Zauderer. Zum Dienst bereit. Agathon, wunderbar. Schauen wir uns kurz mal Philoctetes an und seinen armen Tropf. Das ist nicht Philoctetes? Philoctetes. Wo ist er denn? Ah, er hat immer noch plus fünf. Er hat immer noch plus fünf. Den interessiert seine Ex überhaupt nicht. Das ist gut. Es ist gut, dass er sich gleich neu orientiert. So. 19% ist mir zu wenig. Auf geht's. Schauen wir noch, dass wir ein bisschen Schaden anrichten können. Ich weiß nicht, was die Bithynia gemacht haben. Sie haben im Prinzip gar nichts gemacht. Das war ein Erfolg. Sehr schön. Ja. Das war Dracomachos. Their next journey will be on Caren's ferry. 89% und der ist gescheitert. Wow. Das ist heftig. Okay. Naja, hier haben wir in der Armee verloren. Kannst du im Kurs mal für Aufruhr sorgen, mein Freund? Nee, kannst du nicht. Oh, unsere... Unsere... Oh, wir haben ja noch gar nicht hier durchgecheckt. Stimmt. Unsere Agenten machen das, was eigentlich... Unsere Priesterinnen immer machen. Und zwar versagen. Und zwar richten. So, Hafenanlage errichtet. Platz des Boten errichtet. Häuser der Steinhäuser, Bootshaus, Lager der Goldgräber, noch ein Bootshaus, Lager der Steinhauer, Streitwagenfertigung, Dorisches Arbeitsallager, Mauernstadt und Zinnhändler. Richtig viel Zeug, das heißt richtig viel. Neue Rohstoffe. Auch viele Einheiten ausgebildet. Ich habe richtig viel ausgebildet. Spinnst du? Wer hat denn das veranlasst? Hat das veranlasst? So viele Einheiten? Da muss jemand Geld haben. Da machen wir einfach den Cäsar und machen mal ein paar Schulden. Ritual der Erhebung bitte in Mülhasa. Zehn Gunst Poseidon. Ein Träumchen, Nelo. Ein Träumchen. Anthelayer. Du kannst leider nicht vergehen aufdecken, okay? Kannst du irgendwas cooles machen? Zum Beispiel Ritual der Erhebung? Zehn Gunst Artemis. Erheblich Erfolg. Gute Frau. Genau das will ich sehen. Poseidon. Gebet für dich. 40 Ocken. 4,5. Das wird noch dauern. Das wird noch dauern. Dann. Dann kriegt die Feistos die Hekatombe. Das wird noch dauern. Aber. Die Gräer müssten jetzt ja eigentlich ganz gut sein mit. Mit Gold. Oder 120. Schau her, Freunde. Schau her. Können wir es aufwiegen? Wenn wir ihnen 25... Äh ne, ich will nichts fordern. Ich will euch geben. 25.000. Dann noch irgendwie 10.000. Davon. Von dem Bronze. Schau mal her, Freunde. Machen wir mal ein bisschen weniger. Wir müssen ja nicht übertreiben. 20.000. Okay, machen wir mal 23.000. Machen wir 24.000. Das ist zu viel. Okay, 23.500. Das ist immer noch zu viel. Da kriegen sie 23.350. 10.000. Nochmal Bronze. Und wir kriegen dafür Europos. Das ist ein Deal. Sehr nett. Das ist ein Deal, Freunde. Damit kann ich gut umgehen. Jetzt haben wir kein Gold von dem bekommen. Ich Idiot. Ja, dann nehmen wir sie gleich in das Militärische Bündnis auf. Wir haben viel zu diskutieren. Bisschen viel. Machen wir 100. 11. Oder 10. Machen wir 110. Und ihr seid im Militärischen Bündnis dabei. Seid damit auch ein bisschen abgesichert, okay? Gut. Dafür gehört Europos uns. Hilft uns das irgendwie was? Ne, weil Hyrian ihnen noch gehört. Aber Europos ist eine Holzstadt. Na gut. Aber ist trotzdem gut. Neues Bündnis. Passt. Und eine neue Region für uns. Die wir uns erhandelt haben. Auf ehrliche Art und Weise. 2, 4, 6. Also wir sind die neunte. Ja, genau. Wir sind die neunte Legion. Und es soll es. Der Spaß geht wieder los. Du kennst es. Da kommt die Armee der anerkannten Dorfdeb. Du? Wirst erstmal... Ah ne. Ne, ne. Mach die normale Stellung. Und geh Richtung Derkos. Derkos wird dein nächstes Ziel sein, mein Freund. Ich will noch kurz mit Sparta verhandeln. Ich will nämlich Gold von denen. Und zwar am besten alles. Was ist mit... Na, ist fast ein bisschen viel. Ist immer noch ein bisschen viel. Ja, das geht in die richtige Richtung. Aber wir können glaube ich noch ein bisschen runter gehen, oder mein Freund? 5.000? 5.000, komm. Da geh ich gar nicht weiter runter, weil du ein guter Kumpel bist. Sehr schön. Göttlicher Wille. Wir haben das Gebet schon gesprochen. Fokus. Du wirst immer noch gebraucht. Du wirst immer noch gebraucht. Und er hat es geschafft. Aber er kann ihm noch nicht... Er hat seine Armeen zusammengezogen. Wäre aber Bullshit, wenn ich ihn jetzt angreifen lasse. Die Stadt kann er nicht einnehmen. Okay. Critical. Ne, wir haben keine Fernkämpfer. Wir sind zu ausgeglichen, um diesen Angriff zu tätigen. Okay. Agenon. Ich glaube, den Angriff können wir sogar direkt durchziehen. Das ist eine Achtergarnison. Die sollte kein Problem für uns sein. So, jetzt müssen wir mal ein paar militärische Erfolge verzeichnen. Ägeon. Anführer der Bethynia. In dieser Schlacht. Agenon. Schlechter von Ithaka. Wahrscheinlich der... Schlimmste Charakter von allen auf der ganzen Map. Bekannt dafür, Gefangene hinzurichten. Dörfer niederzubrennen. Männer, Frauen, Kinder und besonders Rentner. Hinzurichten. Dafür ist er bekannt, Agenon. Dafür effizient as fuck. So. Wir haben ein paar schöne Ecken, wo wir angreifen könnten. Ich bin am überlegen, weil die Pfade so dünn sind, ob ich tatsächlich mal meine Armee auseinanderziehe. Kommt aber drauf an, woher die Verbündeten kommen. Vielleicht können wir auch gleich in den Verbündeten abwangen. Und meistens sind ja unsere Feinde doch sehr bereitwillig und kommen gleich aus der Stadt. Ah, Regen ist nicht so gut. Ah, Regen ist nicht so gut. Ah, Regen ist nicht so gut. Okay, wir kämpfen im Regen. Da kommen sie. Das ist genau das, was ich meinte, Freunde. Das ist genau das, was ich meinte. Hier, die Kollegen, die können wir woanders hinstellen. Die stelle ich jetzt mal da rüber. Und los geht's. Soll er kriegen. Ich find's mal wieder mega anständig, dass er hier drüben steht und zuguckt. Find ich einfach gut von ihm. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. So, unser Feind setzt sich in Bewegung. Wir platzieren jetzt schon mal unsere Fernkämpfer. Weil die Nahkämpfer kriegen wir weg. Arcanon. Push mal ein bisschen deine Leute. Und Aegeon kommt auch sehr bereitwillig aus seinem Nest. Sehr schön. Auf geht's. Wie sieht's unseren Kollegen hier aus? Der hat zumindest die Hosen voll. Äh, Jungs, könnt ihr die, könnt ihr die, könnt ihr die schützen? Sirens, 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 die haben doch... Okay, da kommen noch ein paar andere Kollegen. Hades hat den feindlichen Helden... So, der feindliche Helden ist tot. Mann, auf geht's hier rüber. Ihr stellt euch bitte hier auf. Los, 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 los. So, der Rest macht sich bereit für den Kampf hier oben. Er macht hier drüben noch gar nichts. Jetzt kommt er langsam ins Gebiet unserer Streitwägen. Streitwägen. Aber er zieht über den Fluss ab. Aber es sind zwei Helden sind schon tot. Zwei sind schon tot. So, wie schaut's hier aus? So, wie schaut's hier aus? Ist hier was, sie reitet in die Stadt. Es sieht viel zu gut aus, Freunde. Es sieht viel zu gut aus, was wir treiben. Stopp, stopp. Ballert mal auf die, solange das noch nicht geregelt ist. Oh ja, oh, das gefällt mir richtig gut. Ein schöner Pfeilhagel. Ein schöner Stein-Pfeilhagel, Freunde. Genau, jetzt rennen sie weg. Jetzt lasst ihr sie ganz, ganz übel bluten. So, und ihr geht hier bitte rüber. Boah, schaut's euch an. Schaut's euch an. Die sehen gar kein Land, unsere Kollegen hier. 15 Einheiten. 13. Bald gehört der Siegpunkt des Feindes euch. Oh, da sind noch zwei. Die Bithynier sind einfach nichts mehr. Die Bithynier sind einfach nur ein aufrührerisches Volk, das jetzt immer noch versucht, um ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Aber im Prinzip gibt es für die nichts mehr zu holen. Holt euch mal die berühmten Bogenschützen da drüben. Der Siegpunkt ist fast eingenommen. Ich fände es faszinierend, dass sie noch nicht aufgeben. Die frügerischen Krieger denken, sie könnten da jetzt noch was ändern dran. Finde ich gut. Ich finde ihre Einstellung gut. Aber die verlieren Moral mit jedem Schritt, den sie näher an die Feinde rankommen. Der Feind hat einen Siegpunkt verloren. Ja, jetzt sind sie gekommen. Das Thema ist durf, oder? Oh, da hat's einen erwischt. Ja, 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 ja. Jetzt werden sie noch ein bisschen ausgedünnt, wie man beim Friseur so schön sagt. Es wird noch etwas ausgedünnt. Vier Minuten müssten wir die Stellung halten. Ich glaube, dass bis dahin der Kampf vorbei ist. Ich glaube, dass die in dem Augenblick aufhören zu kämpfen, wo sie auch nur einen Schritt zu nah an unsere Armee rankommen. Verdammt, zielt sich ja unsere Kollegen. Muss ich schon sagen. Ziel, was haben sie getrunken? Ganz im Gegensatz zu den Bogenschützenkollegen unserer Feinde. Ah, die senken sich nochmal, okay. Okay, es ist vorbei. Sehr schön. Zehn Minuten haben wir noch. Ich weiß nicht, ob sich noch eine Schlacht rausgeht. Wenn wir noch so eine kleine Schlacht hätten, fände ich es ganz nice. Dann könnten wir noch was machen. Leider kann ich heute nicht zwei Stunden aufnehmen. Ich muss die zweite Stunde mal anders dranhängen. Er macht es mittlerweile mit einer Selbstverständlichkeit, wie er unsere Feinde auseinander nimmt. Das ist schon wirklich einfach nur noch unheimlich. So, Zufluchtsort entfernt und die Stadt eingenommen. Atyra. Brauchen wir hier nicht und brauchen wir auch nicht. Das ist eine schöne, eine schöne Stadt mit Nahrung. Die werden wir so nicht verhauen. Unser Diakos dürfte auch. Das ist... Ah, ne. Okay, aber wir können hier entspannt die beiden Städte einnehmen und dann hier runter gehen. Das ist eine ganz, ganz kleine Provinz hier oben. Maria Dünien. Du, mein Freund, könntest weiter Einheiten ausbilden. Wir haben gerade... Wir haben gerade ganz gut Cash. Gönn dir das mal. Und ich glaube nicht, dass die eine große Gefahr werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier unten wieder angreifen. Aber du bleibst erstmal da, wo du bist. Leukos. Unser Problemkind, ja. Du brauchst Einheiten und die kriegst du nicht hier. Ich werde es richtig machen. Du kannst mich auf mich verliegen. Das sieht mir schon anständiger aus. Aber der kann keine Einheiten ausbilden, weil er gerade welche ausbildet. Okay. Leukos, dann machen wir es so. Du bleibst hier. Du hast noch eine Garnison neben dir. Muss jetzt erstmal reichen. Okay. Den Kampf hast du verschissen. Muss man sagen, wie es ist. Brauchen wir jetzt auch nicht schönreden. Melanipos. Der Kurs ist mein. Falle auf ihnen. Dem Wetter bricht zufolge ein easy fight. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Dem Wetter bricht zufolge ein ganz einfacher, ein entspannter Pfeilhagel, der da auf unsere Feinde niederprasselt. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Poiranos. Woran könnte das liegen? An der Erfahrung? Na gut. Das sind schwache Fernkampfeinheiten. Dann hat er hier noch schwache Nahkämpfer. Die sind es halt, die das rausreißen könnten. Aber die... Ja, doch. Es stimmt sogar. Das wäre natürlich optimal, wenn wir so schnell da fußfassen könnten. Sind es Fernkämpfer? Dann würde ich sagen, stellen wir unsere Hauptarmee hier drüben auf. Let's go. Okay, die sind diesmal ganz ruhig. Bewegen sich noch keinen Schritt. Wir müssen mit denen aufpassen. Also, die können so eine Fernkampfeinheit easy rausnehmen. Aber mehr auch nicht. Wir können die jetzt nicht hier in die schweren Axtkrieger reinpreschen lassen. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Schauen wir mal, ob sich da was tut, wenn wir die beschießen. Oder ob die dann immer noch so regungslos dastehen. Schilde werden hoch. Das sieht gut aus, wenn sie sie abwehren. Und schilde euch bitte auf die vier Ankämpfer. So, sehr schön. Da tut sich jetzt auch einiges. Schauen wir mal, dass wir die hier ganz schnell überrennen. Und ihr fallt denen in den Rücken. Los geht's. Sehr schön. Jetzt die anderen leichten Plänkler. Los geht's. Na, hol dir den Helden. Hol dir den Helden. Komm. So, die kleinen asiatischen Jungspunde sind jetzt auch am Start. Oh, wir reiben die Fernkämpfer so gut auf. Kümmert euch ja noch um die östlichen Schleuderer. Jetzt haben sie kurz die Verbindung verloren. Kurz haben sie den Blick verloren. Das ist ein Riesenproblem. Er kämpft Koreanos gut nieder. So, ihr rückt weiter vor. Die rechte Seite ist eigentlich... Äh, hier kämpfen sie noch. Aber im Prinzip ist sie so gut wie durch. Stellt euch mal so auf, bitte. Dann könnt ihr die besser anvisieren. Finde ich faszinierend, dass ausgerechnet die gepanzerten Riesenkrieger hier so durchhusteln. Oh, Melani-Pos ist richtig stinkig. Der folgt Koreanos bis in den Tod und jetzt sticht er ihn ab. Das ist ein Problem. Holt euch mal die leichten Plänkler, wenn ihr schon da oben seid. Wie sieht's hier aus? Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, dann stellt ihr euch hier auf. Ah, 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 ah. Was seh ich da? Was seh ich da? Oh, da seh ich einen Zusammenbruch. Da seh ich einen, eine Aufgabe. Der lügt ja. Da seh ich eine Aufgabe, Freunde. Sehr schön. Dreimal abgeklopft. 41 Verlust ist gar nicht. Stark, Melani-Pos. Wichtig. Wichtig in diesem südlichen Krieg diesen Erfolg zu verzeichnen. Ganz, ganz wichtig. Ja, gut. Ich dachte, ich dachte, es wäre eine schlimme Aufnahme. Aber jetzt haben wir dann doch ein paar schöne Siege verzeichnen können. Boah, ist richtig stinkig. Wahrscheinlich, weil, weil die Armee, seine Partnerarmee umgebracht wurde. Acht, Gold, Post. So, Kurs gehört uns. Melanie-Pos, ich will, dass du da kurz verweilst und dann Richtung Kalydnes weitergehst. Aber es ist nice, weil dann haben wir nämlich bald diese Inseln hier und können uns wieder aufs Zentrum konzentrieren. So. Stark, Melani-Pos. Was brauchst du, um glücklich zu werden? Wachposten, wenn die Sälde garnisieren. Beteiliger? Dann erholte er sich ja jetzt. Du hilfst Amphidamas. Ah ne, für Loctetes, mach den Angriff. Die setzen die Belagerung erstmal fort. Solange die sich nicht wehren, solange die sich nicht wehren, ist hier gar kein Stress. Gut, für Loctetes und Amphidamas. Kleodoros. Lass ich erstmal so. Du bräuchtest dringend Fernkämpfer, aber die kriegst du hier nicht. Dann kriegst du schwere Schwertblänkler. Menestoys. Du brauchst auch Einheiten. Du hast zumindest schon mal Krieger von Ithaca. Sehr schön. Dann will ich, dass du auf jeden Fall noch zwei von denen bekommst. Wieso eigentlich nicht mehr? Jetzt haben wir das Gold gerade. Du bildest weiter aus. Du wirst auf jeden Fall eine ganz wichtige Armee noch darstellen. Und das war's tatsächlich schon mit den kriegerischen Akten in der Runde. Abgelaufene Tauschabkommen gibt's nicht. Held nicht bewegt Amphidamas. Ist in Ordnung, der unterstützt. Held in Garnison nicht bewegt. Kleodoros. Der erholt sich jetzt erstmal. Der soll seine Armee erstmal ein bisschen auffrischen. Und dann kann ich überlegen, ob ich ihn noch Richtung Skyros schicke. Falls das die anderen nicht hinbekommen. Myrina. Myrina jetzt geschützt. Jetzt könnte man die Investition wagen, ja. Und Coase können wir auch ausbauen. Schau ihn an. Da schau einer an, was möglich ist, wenn anständige Feldherren diese Siedlungen übernehmen. So, Paktia bauen wir auch aus Thünien. Wir haben da zwei von denen. Also wir haben den hier schon. Wir haben da zwei. Wir haben das hier. Dann hätte ich hier gerne. Auf jeden Fall die hier. Ah. Aufhören. Zeus. Wo ist er? Zeus. 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 Noch eine letzte Kontrolle hier. Wir werden die nächste Runde nicht starten, Freunde. Aber ich bereite schon mal alles vor, damit wir das nächste Mal gleich anfangen können. Nicht der Angriffspakt mit Edrakan wird nicht gesprochen. Also die wollen jetzt auch nicht mehr. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Schiss. Die, das verschlechtert sich, obwohl wir mehr Macht haben, verstehe ich nicht ganz. Friedensabkommen. Die Bithynier überlegen langsam, weil sie die Hosen voll haben. Aber gut. Nächste Runde müssen wir Zeus wieder für uns gewinnen. Das ist klar. Athene. Den kleinen Push gibt es auch vielleicht. Aber es wurscht. Unsere ganzen Unterschlüpfe sind auch weg, weil wir einfach bald alles erobert haben. Also, Freunde. Das nächste Mal, ne. Krieg im Norden. Hier. Schauen wir, dass wir die Bithynier komplett aufreiben, so gut es geht. Die sollten keine große Gegenwehr mehr leisten. Was die Trager da treiben, verunsichert mich ein bisschen. Aber ist in Ordnung. Wir müssen diesen Pfad hier verteidigen. Nürtherkidisches Ilyon ist kritisch, was die mit ihren Armeen machen, die sie da hoch verfrachten. Genauso wie Pavlagonia. Wichtig ist bloß, dass wir hier die Insel halten konnten und jetzt auch zurückschlagen können. Sparta soll Skyros einnehmen, sonst machen wir es. Und im Süden sieht es auch wieder richtig düfte aus. Nachdem Melanipos eigentlich fast ohne Gegenwehr Kurs einnehmen konnte. Kalydnis ist unser nächstes Ziel. Und natürlich Helikarnassos. Hier wird schon die nächste Armee ausgebildet für alle Fälle. Und dann geht es hier nach oben weiter. Und wir werden die Macht der Lygia massiv einschränken. Und wir haben uns Oropos erhandelt. Mal auf eine anständige Art und Weise. Finde ich auch gut. Freunde, ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Bleibt mir das dann gesund. Haut rein. Und dann geht unser Feldzug weiter. Euer Uni. Let's play. Ciao, ciao.